ganz schön sprunghaft und schwunghaft der markt nach dem weihnachtsfest fangen wir mit den amerikanern an der dow jones ziemlich gut unterwegs hier noch mal im vier stunden chart sehen wir diesen einen schwung noch mal kurz vor weihnachten wo der eine oder andere gesagt hat komm ich schnell gewinne mitnehmen alles mitnehmen was wir noch kriegen können das ganze ist wieder gut gemacht worden also wer es ausgesessen hat der kann sich freuen es ist nichts passiert bitte gehen sie weiter es ist hier nichts zu sehen allerdings sieht man auch dass der anstieg hier doch ein bisschen mühsam ist hier war es auch schon so halbwegs mühsam was meine ich damit na ja wir haben hier durchaus rücksetzer zwischendurch und die sind ganz schön überschneidend und das ist häufig etwas am ende einer bewegung also es sieht eigentlich nicht ganz so doll aus wenn man sowas sieht trotz alledem bleiben im ganz kurzfristigen chart im fünfminuten chart dann sehen wir zumindest mal dass du die jüngste abwärts bewegung die wir hier hatten also wenn ich mir das angucke klar korrektiv aussehe der kurs hier zuletzt relativ stark war hier jetzt wieder relativ stark also für all diejenigen die jetzt zwischen den jahren unbedingt was machen wollen und sagen ein bisschen was mensch rüdiger da muss doch was gehen die letzte bewegung war eine scharfe wenn es hier korrektiv runter geht in den nächsten stunden sage ich jetzt mal vielen minuten bestunden und wäre das sicherlich eher noch mal ein anreiz hier auf der long seite mit dabei zu sein also wenn ich mir das angucke ja kann ich mir vorstellen dafür wäre es aber zwingend notwendig dass das korrektiv ist was ich nicht sehen will ist dass wir eine scharfe abwärtsbewegung bekommen die haben wir nämlich gesehen beim s&p wechseln mal kurz rüber dann sieht das bild da nämlich ein bisschen anders aus da sind wir zwar auch so halbwegs wackelig hier auf dem weg nach unten insofern ist das mehr oder weniger gleich also ich mache das mal groß hier damit wir das noch ein bisschen klarer haben also diese bewegung die wir hier haben die sieht schon sehr korrektiv aus sie ist abwärts gerichtet ja aber sie sieht korrektiv aus und das verleitet eigentlich dazu müssten wir nicht langsam auf der long seite mal gucken ja da müsste der markt aber irgendwie was mal anfangen das ganz gut aussieht ein möglicher long einstieg ist hier die geschichte allerdings da das nicht die erste korrektur ist ihr seht das ist ja schon die ganze zeit so in diesem wechselhaften modus wissen wir nicht genau wie weit die ziele sind mindestens ein neues hoch aber das chance risikoverhältnis hier ist für meinen geschmack nicht so sehr attraktiv worauf ich dann eher hoffe ist vielleicht hier ein umkehrsignal zu finden gerade jetzt wo wir darüber sprechen deutet sich hier vielleicht sogar eins an das hilft euch leider nicht mehr weil bis ihr das video seht ist die katze boom noch wie der schwabe sagen würde also ist die chance vergeben vielleicht allerdings eine andere chance die sich hier noch ergibt dass der kurs hier irgendwie ein bisschen schubmäßig hochkommt und dann noch mal wackelig runter und wer sich jetzt erinnert ist doch genau das was wir beim daus schon hatten richtig wobei beides in beiden fällen fehlt dann noch die korrektur also erster anstieg ist ganz gut danach wackelig runter dann kann man es hier schon mal versuchen hier auf die long seite also nicht erst hier warten bis der bruch hier passiert sondern dass wir vielleicht vorher hier schon rein können bis hier irgendwo ein bruch passiert quasi das gleiche auf einer kleineren ebene noch mal das ist für intradayhändler sowieso ganz gern gesehenes bild lieber auf einer kleineren ebene also das könnte ich mir sogar vorstellen dass das funktioniert wenn er allerdings das hier beides noch zaubert aktuell die abwärtsseite also eher schwach das lässt hoffen dass es noch ein bisschen weiter nach oben geht braucht aber für eine long position tatsächlich dass die andere seite korrektiv ist ihr seht hier ist doch auch schon recht stark gewesen ihr wollt aber ihr seht ach so aber nicht korrektiv runter sondern steil ist doch auch schon stark gewesen ja aber auch hier wieder nicht korrektiv sondern steil achtet bitte drauf nehmt beides mit das ist in jedem fall die sinnvolle lösung also guckt dass eine steile bewegung habt dass ihr eine schwache bewegung ihr wollt doch dass ihr auf der besseren seite seid dann lasst euch zeigen dass die eure lieblingsseite stark ist und die gegenseite eben entsprechend schwach das hilft ungemein also für die intradayhändler ist das vielleicht nicht so schlecht insgesamt aber vielleicht noch ein kurzer blick wir hatten ja hier eine situation eine wende formation die allerdings nie nach unten getriggert wurde also das ist ein engulfing pattern mit chancen für einen short wenn er hier durchgeht hat er nicht gemacht jetzt hat er man sieht es hier kaum ich mache es mal ein bisschen größer aber lasst euch gesagt sein wir hatten jetzt hier in der gestrigen tageskerze haben wir oder gestrigen tag das hat nichts mit der kerze zu tun aber hatten wir gestrigen tag die oberseite durchstoßen und damit ist dieses umkehrsignal natürlich erstmal obsolet das heißt der s&p hat dieses umkehrsignal nicht auf der shortseite getriggert sondern hat gesagt nee nee komm das nehmen wir gleich wieder raus völlig in ordnung legitim aus charttechnischer sicht damit die abwärtsseite zumindest mal in diesem moment vorbei aber auch hier gilt dass irgendwie die aufwärtsseite so richtig den schwung nicht hat wir dürfen aber nicht vergessen es ist zwischen den jahren jetzt sind sie alle irgendwie ein bisschen komisch drauf viele sind gar nicht da gerade die instis sind nicht da viele private sind nicht da wir machen lieber urlaub versuchen am ende noch bewandter verwandter oder sowas naja auf jeden fall das ist sicherlich alles ein bisschen anders deshalb achtet vielleicht jetzt eher auf kleinere signalgebung die kann man durchaus handeln das große bild wenn die alle wieder da sind kann sich dann ganz schnell eben ändern also da würde ich jetzt nicht zu viel drauf wert legen wie sieht es beim nasdaq aus nasdaq ist eher dem s&p ähnlich wenn ich das eben richtig gesehen habe hatten wir auch hier zuletzt eine starke abwärtsheit und deshalb ist die vermutung so ein bisschen beim s&p entschuldigung beim nasdaq wir sind beim nasdaq hier nasdaq 100 future um es genau zu sagen die letzte starke bewegung ist abwärts was bräuchten wir also um ein überzeugter käufer zu sein eine möglichst korrektive bewegung hier in die mitte wieder rein also können es mal einmal messen übungstechnisch start der bewegung der starken bewegung da oben ende vorläufiges ende ist hier habe ich es gezeichnet haben wir so aber jetzt sind wir doch schon in dieser kiste die wir hier immer wieder andeuten ja aber das ist halt noch nicht so richtig korrektiv dafür würde ich es mir eher so wünschen dann hätten wir auch einen ordentlichen trigger hier für die aufwärts entschuldigung für die abwärts seite noch mal also nach der aufwärts bewegung dann quasi hier noch mal für die abwärts seite also ihr seht die abwärts seite ist durchaus beim nasdaq eine attraktive wenn sich dieses bild so ergibt wenn der markt jetzt allerdings aber an versehen schuldi und marschiert jetzt wieder hoch dann haben wir genau das umgekehrte bild was wir beim s&p eben hatten nämlich da ging es immer stark nach oben und nicht korrektiv sondern stark in die gegenrichtung hier jetzt stark runter wenn stark nach oben geht dann natürlich nicht schaut aber dann verwechselt man ja auch nicht und man hat ja auch keine zwischentiefs an dem man sich entsprechend triggern lassen könnte also insofern das vielleicht noch mal so als überlegung wenn ihr euch gedanken macht wie ihr mit der situation umgeht auch hier ist das umkehrsignal hier aus dem nach oben rausgenommen hier habe ich es gar nicht mehr drin also ihr seht dieses hoch ist oben rausgenommen nach unten wurde es nicht getriggert damit hat sich die situation auch beim nasdaq zumindest mal ein bisschen entschärft denn viele würden sicherlich nach diesem chart pattern beim trigger hier auf der short seite gelandet sein viele charttechniker zumindest die auf kerzen einigermaßen wert legen das heißt man hätte mehr gegenspieler gehabt mehr gegenwind gehabt aber das ganze hat sich ja scheinbar aktuell ein bisschen zerschlagen dadurch dass das das signal nach oben rausgenommen wurde und damit erstmal obsolet ist also ihr seht druck nach unten ist noch überhaupt nicht zu sehen bisher alles noch so auf kleiner flamme im wochenchart noch nicht im tageschart noch nicht im vier stunden chart hat man ein bisschen den eindruck einer ermüdung allerdings lasst ihr doch müde sein jetzt zwischen den jahren ist doch pause da darf man auch nicht damit rechnen dass es zwingend sehr viel dynamik aufwirft intraday würde ich allerdings das hier ein bisschen mit ins kalkül nehmen um solche szenarien zu handeln hier kriegen wir jetzt ein short angebot hier hatten wir eben ein long angebot diskutiert zumindest mal beziehungsweise beim dow jones ebenfalls wenn er wackelig hier runter kommt wäre das ein mögliches long angebot also wenn er hier nochmal wackelig runter kommt und wenn ihr euch jetzt wundert und sagt das kann doch nicht sein der eine long der andere short naja es muss ja erst noch getriggert werden es ist ja noch gar nicht klar welches davon überhaupt zur ausführung kommt und selbst wenn dann werdet ihr halt beim einen ausgestoppt zum beispiel verliert ihr 100 bei dem einen 100 euro nur mal als beispiel und lauft richtig schön bei dem anderen dann verliert ihr bei dem einen 100 gewinnt bei dem anderen 150 oder 250 oder irgendwie was und die differenz davon ist dann euer gewinn den ihr aus beiden ideen habt klar wenn man vorher wüsste welche idee passend ist lässt man natürlich die falsche weg das doofe ist das weiß man halt vorher meistens nicht aber man hätte darüber die möglichkeit und so egal ich gehöre ja sowieso zu den gewinnern wenn ich sie alle spiele na gut das geht nicht immer gut es kann auch mal sein dass man dann nacheinander auf beiden auf der verlustseite ist aber häufiger und typischer ist es dass man dann zumindest auf der einen seite richtig liegt na gut also in diesem sinne der dow jones hat seinen bruch übrigens sehen wir gerade hier noch nicht da ist auch das engulfing pattern den hat er noch bevorstehend ist aber jetzt keine magnetische wirkung dass er das machen muss trotz alledem wackele ich runter würde uns noch mal die long seite sympathisch machen so gucken wir zum abschluss noch mal auf den dax der ist ziemlich langweilig unterwegs ihm fehlt ja auch der gestrige tag die letzte bewegung beim dax eher scharf abwärts gucken wir uns beim future an das ist ja für den handel eigentlich eher ein bisschen maßgeblicher dann sehen wir dass wir hier schon ein hoch hatten aktuell hier korrektiv auf dem weg nach oben waren also grundsätzlich gilt hier auch wackelige aufwärts bewegung verlocken noch mal für die short seite aber dafür müsste es wackelig sein insofern ist der dax eher im moment auf der seite des nasdaq mit chancen für die abwärts seite die sehe ich da zumindest noch mal bräuchte aber korrektiv nach oben um mich hier auf die short seite zu bringen wir selber werden zwischen den jahren nichts neues eingehen die aktuellen positionen weiter managen stopps hinterher ziehen soweit es geht und gucken wie es da weiter läuft nächste woche geht es dann langsam wieder auch mit uns mit neuen signalen los eigentlich ab dem achten das ist so der punkt wo auch die instis wieder voll mit eintreten in den markt also diese woche ist denke ich mal eher ruhe angesagt oder für diejenigen die jetzt auf ganz kurzer ebene noch ein bisschen was machen wollen in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße bis zum nächsten mal